und 9,9 1,5 90,9 5 so andere 30 an der zerti und der zerti ok wir wieder nach flyers naja schnell machen wir gleich so playtime noch ein bisschen was einsammeln danke schön changepads was just some kids for all reaching level 130 but yeah you were right we're right ok das holen wir auf jeden fall alles up hier aber fünf woher haben sie dann okay wir werden exchangen wir werden jetzt exchangen voll aufregend können zweimal axt abholen wenn ich jetzt hier aufdrücke ich habe ja favorite drauf sind jetzt trotzdem erst mal die axt gleich zwei oder irgendwie verpackt und ich verliere jetzt eine axt beide sind beide sind jetzt golden event wenn wir jetzt hier auch upgrade rollen raussuchen es protect 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 dann jetzt noch das ok es wandert sich so gleich um rüstung und boots ok aber scheiße ich habe keine wieder mehr und bankkontos leer jeepro für lc7 haben wir alles da wir haben nur 38 lightning müssten aber vielleicht noch mal zwei nachkaufen haben wir alles da egal wusstet ihr wenn man lagerregal falsch rum liest dann kommt dabei raus lagerregal protect protect auch schon mal raus nehmen lagerregal muss ja gut in dem fall habe ich nur einen elner mitte sind die fbc waffen und jetzt besser genau die sind besser die haben leicht erhöhte effekte wo lewitt dauern lewitt dauern lewitt dauern lewitt dauern lewitt dauern das auch das goldene set das goldene set aha die stocken bilder ok wer von euch findet das cool wer findet das scheiße bei der channel bist du channel 2 ich finde die extra extra findest du nice ich würde es nicer finden wenn die tatsächlich golden werden und nicht bronzer aber wenn ich ehrlich bin ich finde ich für die rüstung geil die rüstung sieht richtig geil aus so dieses dunkelgrau mit den goldenen akzenten des goldenen haaren so sieht eigentlich ganz geil aus aber ich finde die extra ich finde die extra eigentlich gar nicht so geil ich würde es cool finden wenn die wirklich richtig golden wären halt naja geht klar wie viel prozent machst du so eine stunde ungefähr 50 prozent glaube ich es gehen die auf lga mit lga richtig geil sind auch können da hast du nicht gerade umrecht unrecht den skin von der lga finde ich auch sehr 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 geil und optik kommt nichts an die ex an wir verstehen uns auf jeden fall zweiter mein gedanke heißt ja näher die lg axt ist wirklich ein geiler skin auf jeden fall so wir machen die optik auf jeden fall wieder ein bisschen zurück hat mein rechner ab ja dennoch eigentlich ach so dass man die anderen spieler wieder auf dem channel wir können einmal schauten auf jeden fall zell z z z können wir verkaufen und wenn dann glaube ich stelle 1 starcon kurz gehen nach zwei lightning karten vier prozent suchen ich habe er uns also schon oha der hat einfach 2,7 mehr wer wer hat das ich habe sogar noch mehr auf meinen verkaufschaden mit den erons und minuets erons die pd6 habe ich ganz viele verkauft für eine mio each gut dann werden wir jetzt unsere sieben prozent lightning karten vielen dank fürs cheer wir machen da ich aber gläubig bin machen wir immer nur in diesen schritten weil ich glaube dass das system nicht richtig funktioniert aber nicht geklappt ok so machen wir weiter benutzen wir den seelengebundenen e pro welche seelengebundenen e pro ich bin max mein hobby ist gleich von topos ich bin ich typa und neben wright ist kurz welche welche seelengebundenen meint die hier hier drinnen die hier da sind aber auch apotex drinnen was soll ich denn mit den e pro text wenn wir fertig sind was soll ich denn mit den machen die vergammeln lassen hier kann ich daraus suchen was ich ne um zum buffen wohin hier hin wir können ja keiner mit meinem ringmaster dahin kommt wo mein blade ist dann kommt ihr einfach zu meinem blade channel 2 ne channel 1 bin ich jetzt dann gehe ich mit meinem ringmaster da auch generieren setzten combining 2 cards at a time is more likely to succeed why why should be i have the feeling that the more you combine that you that unlucky you get yeah it's hard to say wohin hast du ein richtiger clue der junge der hat gut grips das gefällt mir will ich endlich flyp spielen oder jetzt habe ich alle mit einmal durch genommen und da ist gar nichts passiert wir machen alle einzeln naja was ach wie ich glaube an den einen bauernlack ich hab dich in englisch profil englisch mal wieder mal so jetzt können wir jetzt hier weitermachen oder was verdammt schon wo sind denn meine 4% chance die 30 jahre und so lange deine m machen was zum glück gibt es einige schlaue hier ich habe ich bin gebranntes kind okay ich bin gebranntes kind beim lightning kreft deswegen ja es ist halt gleich alles durchziehen wenn es eh nicht klappt aha danke da ist die erste ich kriege halt schweißausbrüche wenn ich an lightning karten kräften denke ja das ist 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 etwas zwei stück schon mit leeren tassen auch bestätigen der geister geht weg magst du mein cr-pad fürs leveln bin erst gegen 23 uhr wieder da also ich würde es nehmen so ist jetzt nicht ja ich würde es nehmen wir wollen aber nachher auch noch pets bauen also int und vielleicht griff rate pet aber ich kann es ja dann einfach für die spende doch gesagt ja ich weiß ich habe es gesagt aber jetzt ist doch mal zu sehen die 20 prozent kredrate ja schon fast leer einer klasse was uns gerne weltweit bekannt ließ mal den namen max falk verkehrt rum die letzten knall war so zu zweit durch sagt jetzt wird gar nichts draußen muka vielen dank kannst du meinen kannst du mich ändern bitte dass ich dich aus dem namen so nicht dass ich einen tipp vieler mache dankeschön ja ich sag ich sag ja sobald du mehrere mit einmal durch ziehst geht das nicht mehr kaputt ich sag ich sag ich sag es ist ja nicht mal wieder einzeln das haut nicht hin mit den mehreren durchziehen das funktioniert einfach nicht du müsstest ja eine achtprozentige chance dann eigentlich haben das eine von denen und naja ok nee so geht mathematik nicht ja aber das geht nicht so was faul dann ich will nicht ohne ist protekt ich will es anlassen die letzte ist noch durchgegangen ich sage mit mehreren das geht nicht du musst immer in 10er schritten sowie ist das verhext das kann ja nicht wahr sein wenn ich die einzelne mache geht es so easy sobald ich mehrere durchziehe bam bam gehen die epotex runter wie weg wie sau ich weiß jetzt müssen wir nochmal eins zwei drei vier fünf 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 brauchen wir exakt ja ok ich hätte auch mein gott sie aber was habe ich gesagt mehreren geht mehrere ist geht nicht das haut nicht hin mit mehreren da werden die chancen ich glaube da wird auch nur vier prozent auf die beiden irgendwie angerechnet und dann kommt irgendwie eine durch oder sowas 50 boxen ja 50 boxen von exchange ist ganz cool jetzt haut nicht hin scheiße was mache ich jetzt mit den protect muss ich ich erhebe die 5 protect auch wenn ich wieder 10 lightning karten habe dann kräfte ich aber welche zum verkaufen wir sehen wir sehen da ach so erstmal normales piercing save das normales piercing 100 prozent let's go so stufe 3 machen wir one shot nicht hat hat ihn weit bitte ja muss ich ein kicken ich hier was passiert da fertig ist fertig ja Gott sei Dank wie viel choice waren das jetzt so 13 25 hatte ich und eine einzelne also insgesamt kürzenschweiß save piercing wie viel können wir da wieder ohne machen 100 prozent achso also erste waffensocke können wir ohne risk oh ich schwitze denn den zweiten auch nee ok den zweiten nicht dann hier den ersten auch noch so eine waffe geht kaputt oh mein gott wer diese andere krise machen wir hier einfach hier so durch 2 3 3 3 ist die eine ok wie viel choice hat die jetzt 7 attempts jetzt hier auf 4 hier und hier machen wir jetzt dann auch weiter also wir haben jetzt eine mit 4 plätzen und eine mit 3 plätzen und keine karten dann hii super warum bist du gett gelieft äh für gate war eigentlich um in einer anderen zu spielen aber es hat sich herausgestellt dass ich vielleicht doch in der spieler kannst du auch gepros reintun beim suitcase ich meine das nicht achso wir können ele auf waffe neu und sds quotes genau es ist so viel sachen zu tun ne wir haben auch noch weapons scrolls rendering entry oder sowas würde ich auch nehmen so lagerregal wir haben hier 50 scrolls range so viel stuff to do ok ich denke mal wir machen erstmal überall plus 2 ne ok plus 2 plus 2 ok ja gut plus 2 ja geht auch schneller als gedacht plus 1 machst du ab mammuts e lauf 10 ne eigentlich nicht habe ich jedenfalls nicht vor e lauf 10 zu upgraden wegen dungeon runs dann brauche ich nicht immer element changing weißt du ich habe nämlich kein geld und muss sparen kann ich immer für alles hier einfach nur geld bezahlen es geht nicht noch einmal schlucker naja was ist denn hier los oh was ist denn mit plus 1 vom griechen jetzt auf einmal die ganze mit plus 1er oh plus 3 danke ok machen wir jetzt hier einfach die axt plus 1 äh ne wir machen hat wir machen hat jetzt plus 3 hat plus 3 kriegen wir irgendwo ein plus 4er vielleicht plus 1 scam plus 2 plus 1 plus 2 scam plus 1 wann wo sind denn die plus 3 und plus 4er äh was verkauft oh mein gott oh mein gott ne da kommt einfach nur plus 1 plus 2 also ab 5 höre ich auf ne plus 2 plus 1 wofür braucht ihr denn jobs geht's eh das broseco warum wofür der erfolgserlebnisse danke wenn man euch eine hand reicht ne ne nehmt die auch den ganzen finger so weiter so weiter ne immer noch plus 2 plus 1 ok die nächste plus 2 lassen wir oh no plus 1 plus 1 plus 2 ok wir haben alle verbraucht na gut ich würde eine plus 1 wasser machen die andere clean weil dann kann ich cleane für cw nehmen und bin 20% schneller hm 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 soo ok jetzt machen wir auch die mit 4 sockel war machen wir unsere waffenanweckung drauf ähm am besten rending entry oder silent swipe plus 25% oder armor penetrate ich weiß nicht eins von den 3 skills attack ne body strike nein kill hit ne ok hier überhaupt irgendwas davon zu bekommen ist ja schon mal blade dance brauchen wir nicht sonic blade brauchen wir nicht blind zeit brauchen wir auch nicht wir sind nicht blind von den np plus 5 oh warum nicht 25 also am liebsten wäre mir silent strike branding entry plus 17 lassen wir erstmal so wir machen auf der anderen axt einfach noch weiter und gucken ob wir was besseres bekommen spring attack 23% was ist denn spring attack an enemy multiple times each other has a chance to deal double damage ach der ist ja quatsch armor penetrate plus 11% ist jetzt nicht huge ne ist nicht hugel einen strike 9% ja ja gut ok ein bisschen sexy sieht er schon aus jetzt finde ich ganz oben hast du noch 5g protect oh nice danke für den call dann machen wir hier haben wir 4 attempts ich weiß nicht mal selber was ich hab was ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich ja das müssen wir auch noch machen so element erstmal das protect low water dann plus 7 mit diesen nein bitte nicht danke dann sp protect und weiter geht's auf bis plus 10 also erstmal laufen die part tries hier 8 uro ok ich glaube wir müssen ein bisschen was kaufen müssen wir da kann channel 1 gehen so element safe upgrade in einer längenden lex city nochmal 1 kann halt nicht mehr aufmachen ne oh jetzt haben wir 12 naja egal reicht und weiter geht's schon wir auf 9 danke und jetzt auf 10 10 wir auf 10 10 lass 1% chance hab dich noch gucken der shop war denn das ja nicht der hier ne der shop war das der shop ist der hier ja der hier 2000 2000 eben nochmal das sollte jetzt aber reichen hoffentlich 2 prozent 4 2,6 2,9 3 prozent noch hier 2s protect erstmal usen wo mehr noch mal 1000 so element upgrade ein try schon 4 prozent 1,2,3 2 tries let's go da ist es yippie dann machen wir jetzt noch nochmal was darauf auf die extra wir schon gleich hier sind grits, 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 grits